Komm schon! Ausgeschaltet, komm schon! Ich glaube ich hab ihn, ich hab ihn. Geil Leute, ich hab den da dran gedreht! Und damit wieder herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge Battlefield 1. Heute im Eroberungs-Congress Large, also Eroberung Groß-Modus. Versuchen wir erstmal dem Kollegen hier den Team wegzunehmen. Ich habe jetzt übrigens die Tastatur einfach mal packenreist gewechselt, um zu gucken, ob ich damit mehr schaffe. Los ihr Spacken! Jo, Gas-Granate macht direkt Schaden. Und er gibt mir einfach E. Aber egal. Wenn er auf C ist, kann er nicht auf Bild sein. Und ja, ich habe auch in den letzten Tagen gemerkt, dass die Webcam ein bisschen falsch steht. Außer in diesem Grundmitte versuche ich heute mal ein bisschen darauf zu achten, wann ich mit dem Gesicht aus der Facecam raus bin. Irgendwas schießt da auch. Erster Kill! Wo ist er? Wo ist er? Oh Junge! Ich hätte einen Panzer haben können. Den habe ich gerade echt gesehen und irgendwie voll verpennt. Aber egal, wir wollen ja eigentlich Medic spielen. Weil den Supporter habe ich mittlerweile auf Level 10. Und den Assault auf Level 8. Knapp auf Level 9. Und den Medi habe ich dann glaube ich gestern oder desto. Auf Level... Ich schläge dir eine Granate! Damit kommst du auf die Beine! Komm schon! Wo bist du Kackpratz? Ich habe dich doch gesehen Junge! Okay! Ja jetzt... Oh! Ein Panzer! Nehmen wir einen Panzer Leute! Den habe ich mir gerade echt verdient. Denn wer Scheiße spielt, sollte Panzer spielen. Für mich wäre es also eigentlich sinnvoll hier hochzufahren. Das dauert zwar echt extrem lange. Oh ich hoffe mal gerade, das war einfach nur eine Mine. Oh, schieß Junge, schieß! Nein! Oh, ich habe dich Junge! Nicht erwischen! Nicht erwischen! Gehen wir mal hier ein bisschen Gas. Einfach mal durchplatzen. Da habe ich einen getroffen Leute! Da habe ich einen! Zack! Tot Junge! Komm schon! Gib Fummi! Komm schon! Keine Muni mehr! Komm schon! Lad auf Junge! Lad auf! Warte! Boah! Ja! Du hast mal hier! Er ist gekommen, Jungs! Er ist gekommen, Jungs! Hm! Vielleicht bringt es was, wenn ich jetzt von oben einfach irgendwie runterfahre und gucke, ob ich den feindlichsten Panzer erwische. Oh, nicht umgekeben, Junge. Bleib am Leben. Hoffentlich hat hier keiner dieses scheiß Anglossflugzeug mit dem Panzerbrecher. Da kommt kein Panzer. Komm schon, gib kummi! Fuck. Komm schon! ausgeschaltet ich glaube ich habe ihn ich habe ihn ja leute ich hab den es kann nicht sein 18 18 er hat noch einen schuss gebraucht leute dann hätte ich ein panzer gehabt nicht aufregen nicht aufregen waren panzer verdammte scheiße kommt der medik wenn die sind zu mir da sind drei mediks drei gut interessiert kann habe ich vernommen nein es macht mich traurig der ist weggegangen who the fuck is this er steht hier er denkt sich jo vorwärts erobert das ziel dort wenn ich nicht zu den gegnern kommen dann kommen die gegner bestimmt zu mir egal kill und niederhaltungshilfe ist doch auch gut ich glaube da sitzt keiner mehr ich sehe zumindest ein das ist ein gegner oder wir haben einsatz ziel emil erobert rum rum ein panzer okay die gas danach war da aber der ist daran gestorben da steht schon wieder ein panzer drin da steht schon wieder ein kackendreist ein panzer drin hab ein dumm dumm da kommt ein noch einer leute ich hab lauf ich hab einen lauf hab dich arschgesicht was los den einen kriege ich du bist verletzt ich seh mir das an okay es läuft leute es läuft gerade wirklich doch ein bisschen geiler als ich dachte ah fuck man das war ein sniper so das luftschiff ist da das heißt wir müssen uns alle nach unten vergriechen wenn ich den jetzt treffe leute mit one shot down das ding ja mein service da ich wusste es und ich hab das live auf kamera da ja leute es war verloren bist verletzt ich kann dir helfen bist du verletzt geilo erste elfe nimm schon ich werd ne granate ich werd ne granate ich werd ne granate versuchen wir mal noch d zu holen denn denkt dran leute wirklich das erobern gibt am meisten punkte eigentlich nicht ohne ich werde nicht du ich bin okay okay nein noch zehn tics und wir haben einen sieg für das deutschreich darf man das sagen da so in die elite klasse oder so voll davor zu springen wieder so eine blöde idee normalerweise könnten wir so ein rechts und counter einblenden lassen warte mal ich bin glaube ich auf der rechten seite so links auf der seite so ein counter für idioten einzublenden und jedes mal wenn ich scheiße bau dann leuchtet da was auf darf man das sagen weiß ich gar nicht aber das war wieder eine spannende runde ich hab auch was an punkte gemacht sogar also das finde ich wieder richtig geil leute bin ich vor mit dabei nein einfach wieder nein krieg ich ein battle pack jetzt raste ich aber doch ich habe eins gekriegt geil mein nachbar meint mal wieder er müsste mit dem hammer umschlagen werde ich gleich auch laut hauscht mir gegen die decke da also dann weiß der bescheid was hier abgeht leute aber das war wieder eine richtig spannende runde hat sogar ein bisschen spaß gemacht wenn zu beginn etwas scheiße aber so am ende richtig geil mal wieder ein paar kills geholt er ging eigentlich gut klar leute wenn euch das wieder gefallen hat dann gibt einen daumen nach oben und dann lege ich mich auch hin der kabel ist nicht so lang und besucht mich bei facebook twitch und twitter in nehmt seine leute bis zum nächsten mal euer xaxa ciao